Im Alter von 77 Jahren Mit Eintracht Braunschweig wurde Klaus Gervien 1967 Meister und so zur Vereinslegende. Nun verstarb der frühere Nationalspieler im Alter von 77 Jahren. Der frühere Fußball-Nationalspieler Klaus Gervien ist tot. Der langjährige Spieler von Eintracht Braunschweig starb nach Angaben des Vereins bereits am Montag nach langer schwerer Krankheit im Alter von 77 Jahren. Gervien gehörte zu jener Braunschweiger Mannschaft, die 1967 überraschend deutscher Meister wurde. Braunschweig-Legende, für die Eintracht absolvierte Klaus Gervien 287 Spiele. Quelle, Imago Klaus Gervien bleibt bei der Eintracht unvergessen, unsere Gedanken sind bei seiner Frau und seinen Töchtern, so steht es auf der Homepage von Eintracht. Gervien hatte trotz Krankheit noch an den Feierlichkeiten zum 50-jährigen Jubiläum der Deutschen Meisterschaft im vergangenen Jahr teilgenommen, habe aber anschließend auf Stadionbesuche verzichten müssen. Wir trauern um eine echte Eintracht-Legende. Klaus raute Gervien, du bleibst für immer unvergessen. Unsere Gedanken sind bei seiner Familie und seinen Freunden. Der .co-Webling raute wir sind Eintracht-big.tvitter.com-Webling. Schon 1963 bestritt er sein erstes von sechs Länderspielen. Einer der größten Momente seiner Karriere war, als er im Dezember 1968 per Fallrückzieher das 2.2 für die deutsche Nationalmannschaft in einem Länderspiel in Rio de Janeiro gegen Brasilien erzielte. Nach seiner Karriere betrieb Gervien mit seiner Frau eine Reinigung in der Braunschweiger Innenstadt. Liebe Leserinnen und Leser! Leider können wir Ihnen nicht zu allen Artikeln einen Kommentarbereich zur Verfügung stellen. Mehr dazu erfahren Sie in der Stellungnahme der Chefredaktion. Eine Übersicht der aktuellen Leserdebatten finden Sie hier. Gerne können Sie auch auf Facebook und Twitter zu unseren Artikeln diskutieren. Ihr Community Team